Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Und weiter geht das mit dem Rennen. Und ich nehme wieder die gleiche Person. Ich mag die. So. Mal gucken, welches Spiel jetzt kommt. Oh. Das will ich mal zocken. Diese Karte. Ich frage mich eigentlich immer noch, wer ist diese eine Person mit dem Cap? Mit dem Cape. Oder was das auch aussieht. Praktisch so wie Robin Hood ein bisschen. Wer ist das? Ist das ein Skin für... ...eine ganz bestimmte Person? Etwa für diesen einen Typ. Wie heißt er jetzt? Ich weiß den Namen nicht mehr auf einmal. Wie heißt der Typ? Einer ist mal wieder, glaube ich, ein NPC. Okay. Einer ist mal wieder zu Ende. Aber ich denke raus, deshalb gehe ich gar nicht mehr. Wie ist das so sehr restrainawegen? Kann Ruhe? k Wie lange ist jetzt die Ladezeit? Wie lange ist die Ladezeit? Wie lange ist die Ladezeit? Keine Waffe gekriegt. Aber das gekriegt. Nicht mit dem TNT. So, volle Wumpa-Früchte heißt, ich bin schneller. Oh. Nicht mit dem Nito. So. Da wäre das Sliden ein bisschen blöd, weil ich da reinsliden würde. So. Oh. Oh-oh. Aha! Abkürzung genommen. Au. Okay. Warum kriege ich eigentlich nie dieses Teil? Weil ich Dritter bin? Da kommt noch eins. Ach ne. Das ist das gleiche, glaube ich. Hat ihn doch nicht erreicht. Im ersten Platz. Bäh. 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 Hat auf mich gekotzt. Verdammt. Verdammt. Ich hatte noch eine Bombe. Au. Verdammt. Verdammt. Die Abkürzung gehört mir. Hier. Ich hab' schon fast die Hälfte. Wow. Ich hätte auf jeden Fall nicht die Abkürzung nehmen dürfen, weil da was vor war. Das hätte ich denken können. Da wollen schon wieder welche Ninas Alptraub. Okay. Moment. Moment. Okay, wo wollen wir denn hin? Die Elektrostraße? Ja, dann nehmen wir die Elektrostraße mal. Was soll das denn? Ist das einfach nicht die Checker geworden, die ihr wollt? Ja. Es wird die Elektrostraße. Ja. Kommt rein, geht raus. Okay. Zwei werden NPCs sein. Okay. Bin übrigens kurz davor, Brio freizuschalten. Das war nämlich der Nächste, den ich holen kann. Was mir recht genehm ist. Ich bin hier eigentlich... Wobei ich auch sagen muss, dass Brio bisher noch nie in einem Rennspiel war. Das war ja, glaube ich, noch nie. So, los. Das ist eine lange Strecke. Juhu. Guter Sprung. Oh, ich bin Zweiter. Au. Wo kam das denn her? So. Hab's nicht geschafft. Bin zu früh abgesprungen. Oh, war zu schnell. Da war ich definitiv zu schnell. Das wird auf jeden Fall kein gutes Rennen für mich. Ist mir aber auch egal. Hauptsache, es macht Spaß. Kurve. Gut um die Kurve kommen. Ist immer wichtig. Nicht. Nicht in der... So. Weiter geht's. Irgendeiner ist aus dem Spiel gegangen Bin jetzt vierter Und der dritte Platz ist direkt vor mir Ich bin ein bisschen zu nah am Mikro Ich bin glaube ich gerade ein bisschen verrutscht Gerade So um die Kurve kommen Das hat einen so oben Ein Laser So Nein das machst du nicht Erwischt Au Haha Hatten doch eine Bombe Gehabt Nämlich Oh Ich habe sogar den zweiten Platz da vor Augen Und den ersten Besser um die Kurve kommen Als er Erster Sind alle rausgegangen Ich habe eine Vermutung Doch nicht Okay Oder Ich habe keine Ahnung Das waren alles NPCs Alle Ich habe keine Ahnung Ich habe gerade zwei Rennen Lobby wird vorbereitet Ich gehe mal wieder ins Hauptmenü Ich will was ausgucken Das ist schon etwas komisch Okay Also darin liegt es jetzt nicht Das ist kein Das irgendwie Das irgendwie das Hörver irgendwie weg ist Auf einmal Oder irgendwelche Internetprobleme Lobby wird vorbereitet Was ist das Was ist das Hat das irgendeinen Grund Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn jetzt los? Was hat das denn jetzt so bedeuten? Was hat das denn jetzt so bedeuten? Was hat das denn? Was hat das denn? Was hat das denn? Die Lobby wird ver... Was ist hier los? Was hat das denn? Okay Ich habe keine Ahnung was los ist Oh ich kann ihn mir leisten Irgendwas stimmt hier gar nicht Ganz und gar nicht Irgendwas stimmt da nicht Geht doch Boah ich dachte schon Dass da irgendwas schief gegangen wäre Aber geht das jetzt mit der Lobby? Nein Natürlich nicht Warum denn auch? Was ist los? Das werde ich glaube ich erstmal nachgucken Was das überhaupt... Was da gerade los ist Deswegen... Das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer Was ist das? Was ist das? Schlauze